Alle Menschen träumen, aber nicht gleich. Die, die während der Nacht in der staubigen Tiefe ihres Verstandes träumen, wachen am Tage auf, um zu entdecken, dass alles nur Wahn war. Aber die Tagträumer sind gefährliche Menschen. Denn sie können ihren Tagtraum mit offenen Augen darstellen, um ihn wahrzumachen. Das tat ich. Untertitelung des ZDF, 2020 Arme hoch. Na, macht's Spaß, Kumpel? Oh ja, ich lach mich tot. Nette Begrüßung. Sind beide sauber. Ich bitte um Verzeihung. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Sie sind also Talbot. Mr. Sullivan und Mr. Drake. Anwesend. Haben Sie ihn? Wir wollen erst das Geld ziehen. Cutter. Es ist alles da. Zeigen Sie her. Ich muss die Echtheit überprüfen. Sicher doch. Silber. 16. Jahrhundert. Elisabethanisches Design. Sir Francis Drake's Motto ist eingraviert. Nun. Sieht aus, als wäre er echt. Ja, natürlich ist er echt. Wenn ich fragen darf, wo haben Sie das gute Stück her? Ist das wichtig? Mein Kunde wird sehr zufrieden sein. Einen Moment mal. Sully, das ist gefälscht. Glauben Sie mir, Mr. Drake. Oh, du hast recht. Das ist doch falsch wie ein 3-Dollar-Schein. Was zur Hölle soll das hier werden? Vielleicht sollte ich Sie das fragen. Das ist Bullshit. Deal ist geplatzt. Und Sie? Sagen Sie Ihrem Kunden einfach. Sie haben's versaut. Komm, mate. Verschwinden wir von hier. Sie sind nicht wirklich in der Position zu verhandeln. Geben Sie mir den Ring, nehmen Sie den Koffer und gehen Sie hier raus wie Gentleman. Solange Sie noch können. Hör besser auf ihn, Junge. Sie sind ein Dieb. Wirklich. Was für eine Ironie. Na los. Hier kannst du nicht. Der gehört mir. Ja, du nicht. Hör sich doch mal mit mir. Na los. Hör sich doch mal mit mir. Hör sich doch mal mit mir. Komm schon. Jetzt nicht nachlassen. Okay, Mann. Du bist erledigt. Hör sich doch mal mit mir. Komm, hauen wir ab. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Okay, Lail, halt raus! Lass das lieber hoch. Scheiße! Schnapp ihn! Hey, das war mein Drink! Hier, der geht auf mich! Komm schon, Jungs, hört auf damit, ja? Schnapp den Jungs! Ich bin privat, aber da kann ich auch kommen. Wir haben ihn, Jungs! Macht sie platt! Ist das alles? Was soll denn das denn? Verfiegt! Das ist einfach schnell eskaliert. Verdammt! Nichts! Ah! Ah! Dann klärlig nicht! Ah! 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 Mann! Vi übe! Kom schon! Guelgib! Gibj mal an mir mit, Mann! Ich bin gleich bei dir. Okay, los auf mir! Oh, nein, ich bin gleich bei dir. Alle Körner drin. Tut's weh? Nur mein Stolz. Wir brauchen eine Saugglocke. Komm, los, Nate. Hier, wir können hinten raus. Haltet sie! Ich hab den alten Knacker. So geht man? Ja. Los. Oh, verdammt. Komm her, komm her! Typisch Yankee, nur heiße Luft. Hey, 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 hey. Der hat genug. Oder, Kumpel? Nicht. Bleib unten. Hallo, Victor. Kate. Immer noch in der Gosse. Mit ihrem Schützling, wie ich sehe. Nicht gerade angemessen in ihrem Alter. Sie stecken also dahinter. Oh, vorsichtig. Nicht, dass sie sich auflösen. Derselbe kleine Scheißkerl. So furchtlos. Ich frag mich, wovor sie überhaupt Angst haben. Nicht vor Kugeln, Blut oder Knochenbrüchen. Nein. Nein. Sie stehen da drauf. Nicht wahr? Das Risiko. Der Tod. Nein. Mr. Sullivan, ich tue ihrem Kleinen schon nichts. Ich will nur, was mir gehört. Geben Sie ihn her. Quater! Oh nein. Oh Gott, nein. Sie Idiot! Oh, gern geschehen, Euer Majestät. Marlow, Sie müssen sofort weg von hier. Oh, bitte. Das waren doch nur ein paar kleine Arschlöcher. Was? Nein. Oh Gott, nein. Okay. Und los geht's. Nein, das ist es auch nicht. Ah, Mist. Musik 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 ¡Te agarré! ¡Ratita callejera! ¡Vas a echarme eso! ¡Glase de gente no es bienvenida aquí! ¡Quédate afuera! ¡Emprentajo! ¡Oh! ¡Da ist er ja! ¡Ich muss dranbleiben! ¡Ya! ¡Ya le permitió a mi papá! ¡Aquí lo tiene! ¡Ajá! ¡Ya! 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 ¡Gracias! ¡Adiós amigo! ¡Ya! ¡Ok! ¡Ich brauche die Geldbörse! ¡Mist! ¡Hier kann ich auf keinen Fall lang! ¡Adiós! 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 Hölf langsam, Jungchen! Lass mich los! Habe ich mir doch gedacht! Und versuch bloß nicht abzuhauen! Bist weit weg von zuhause, Jungchen! Nenn mich nicht so! Mami und Papi machen sich doch bestimmt Sorgen! Tja! Ja! Wohl kaum! Na gut! Wechseln wir das Thema! Also das Klauen hast du echt drauf! Du bist wirklich gut! Keine Ahnung wovon du redest Opa! Hey! Nenn du mich nicht so! Deine Technik ist aber schlampig! Alles viel zu vorhersehbar! Du hast ja einen Knall! Achja? Du bist mir durch die ganze Stadt gefolgt! Hast mich wohl für ein leichtes Opfer gehalten! Aber da hast du dich gewaltig geirrt, mein Freund! Ah ah! Was? Ich vermiss noch was! Gut! Vielleicht rufen wir einfach die Polizei! Mach doch! Aber... Die wollen bestimmt wissen, warum ein älterer Tourist einem jungen Kerl nachstellt! Du hältst dich wohl für ein Gans ausgebufften! Ich kann ganz gut auf mich aufpassen! Na egal! Ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Cops nicht mehr magst als ich! Schon möglich! Kleiner! Her damit! Ein Versuch war's wert! Den war's wert! Von wegen viel zu vorhersehbar! Wahrsehbar, hm? Ja, ja, ja. Wow. Verdammt, Kleiner! Na, Victor, wen haben wir denn da? Ist das nicht dieser elende kleine Taschendieb? Na los, Junge, komm. Du hast keine Chance. Gib sie uns einfach. Und jetzt den Ring. Welcher Ring? Katharine! Für wen hältst du dich eigentlich, Junge? Du bist doch bloß ein schmutziger, verwahrloster, kleiner Bengel. Du hast kein Recht, diese Dinge anzufassen. Was zur Hölle machen sie da? Er ist doch nur ein Kind. Schnappt ihn! Haltet den Jungen! Scheiße! Er hat den Ring! Sprech die Tür auf! Oh Gott! Er will auf das Dach! Schnapp ihn! Die Kette! Aufreißen! Lass los! Mist! Ach Mist! Wer sind diese Typen? Komm her, du kleiner Bastard! Komm her, du kleiner Bastard! Schießen die jetzt auf mich? Er ist hier hoch! Er ist hier hoch! Help dich! Er hat keiner! Der! Er hat nicht zufrieden. Vielleicht geht es schon mal. Was ich gerade mal? ...deh! Er hat nicht zufrieden. Entschuldigung, klatsch da. Hey, geh aus der Kieb! Tut mir leid. Du scheiß Kerl! Ja, wen haben wir denn hier? Ups. Alles okay. Wovor hast du denn Angst? Schließ einfach die Augen. Es wird nicht wehtun. Na komm. Bist du okay? Entspann dich, Junge. Wir sind sicher. Na los. Deines Haar, wenn du nicht willst. Was willst du von mir? Ein Dankeschön, Bernhard. Ich hab dir vorhin den Arsch gerettet. Danke. Aber was hast du davon? Ich mein, du bist ein Gauner, oder? Da stimmt doch was nicht. Du bist echt nicht ohne, Junge. Wo kommst du eigentlich her? Hör mal. Nichts für ungut. Aber ich kenn dich nicht. Wenn's das ist, Victor Sullivan. Jetzt käme der Teil, wo du dich vorstellst. Okay. Erzähl mir doch mal, was an dem Ring so besonders ist. Er gehört meiner Familie. Und ich hol ihn nur zurück. Geerbt von Francis Drake persönlich? Genau. Tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber Drake hatte gar keine Erben. Keine Kinder. Tja, mit seiner Frau in England hat er keine Kinder. Okay, hast recht. Zeig mal her. Na komm schon, Junge. Wenn ich dir das Ding wegnehmen wollte, hätte ich längst getan. Danke. Was steht da? Pausen? Sig Paus Magna. Das heißt, Großes aus kleinen Ursprüngen. Das war sein Motto. Ja? Also, den hat er von Queen Elizabeth gekriegt, als er 1581 von seiner Weltumsegelung nach England zurückkam. Sie hat ihn zum Ritter geschlagen. Das hast du aber sicher nicht auf der Straße gelernt. Wieso spricht ein Kind wie du Latein? Die Nonnen waren irgendwie ganz versessen drauf. Also, du warst im Internat. Das wär noch nett ausgedrückt. Okay. Also, was hat es mit dem Ring und dem Astrolabium von vorhin auf sich? Tja, sag du's mir doch. Du arbeitest doch für die Typen. Hör mal, Junge. Ein Kunde will was. Ich besorge es. Gegen Geld. Und ich stelle keine Fragen. Das ist nur ein Job. Die Tante war auch echt nett. Ja. Jedenfalls, den Job bin ich eh los. Okay, hör zu. Zunächst mal war das kein Astrolabium. Das ist eine Art Dechiffriergerät. Schau mal hier. Auf seinem Weg um die Welt ist Drake durch Ostindien gesegelt. Aber er hat gesagt, er habe sechs Monate gebraucht von hier nach da. Ja, und? Und das kommt nicht hin. Er war als Segler viel zu gut. Er hätte einen Monat gebraucht. Höchstens. Er hat irgendwas versteckt. Was Großes. Wie groß? Geheimmission von der Königin groß. Geraubte Schätze im Wert von Millionen, die noch nicht gefunden wurden. Groß. So groß? So groß. Und das Gerät hat was damit zu tun. Ich bin mir todsicher. Na toll. Und Marlo hat es. Das wird dir nichts helfen. Ohne den Schlüssel. Sie kann also nichts tun. Noch nicht. Du hast mir immer noch nicht gesagt, wie du heißt. Und du hast nicht gesagt, was du von mir willst. Okay. Also, du hast Talent. Aber du musst noch viel lernen. Halt dich an mich und ich bring dir alles bei. Danke. Aber ich komm auch alleine klar. Ja. Sicher. Lass uns von vorne anfangen. Was meinst du? Meine Freunde nennen mich Sally. Nathan Drake. Nate. Drake, hä? Okay. Das ist der Beginn einer großen Freundschaft. Ja, glaub mir. Und... Das war's. Okay, Jungs. Ich dachte, du machst einen Schalldämpfer drauf. Charlie. Keinen Sinn für Dramatik. Genau. Bei all dem Lärm sind gleich die Bullen hier. Los, verschwinden wir. Ah, war's für dich auch so schön, Charlie? Was meinst du? Ich hab dich kaum berührt. Und was war das hier? Okay, okay. Ich hab mich etwas reingesteigert. Ja. Du hast gesagt, lass es echt aussehen. Sei lieber nett zu ihm. Mhm. Okay, Adlerauge, sei wachsam. Sie kommen zu dir. Verliere sie nicht. War klar, dass sie anbeißen. Wann werden sie merken, dass sie eine Fälschung haben? Egal. Jetzt sind sie aufgescheucht. Ja, jetzt folgen wir ein einfaches geträgliches Loch. Weißt du, bei dir hört sich irgendwie alles schmutzig an. Meinst du? Wir müssen weiter. Na los, Tempo late. Shit, die Bullen. Hier lang. Was? Na los. Wirklich? Komm schon, Charlie, was ist denn los? Ja, ja, ja. Gut, okay. Und bald ist es vorbei. Und bald ist es vorbei. Und bald ist es vorbei. Das war's, das war's. War ja halb so wild. Was ist denn mit dir los? Nö, ist alles okay. Blockiert. Wartet, wir kommen so rum. Ja, ja, klar. Oder wir setzen mal unsere Brücke rein. Oh, gute Idee. Sie ist zu hoch. Hier, schieben wir das Ding da rüber. Ich mach schon. Jetzt streng dich mal an. Wir haben nicht die ganze Nacht. Ja. Danke für die Hilfe. Kommt schon, ihr faulen Säcke. Okay. Lauf der ist wohl rein. Pass besser auf deinen Kopf. Auf der ist... Guten Abend, Jungs. Alles klar, Schätzchen? Na, ihr zwei habt ja richtig Spaß gehabt, hm? Ja, war richtig schön, Chloe. Lief wie am Schnürchen. Und du? Hattest dir die Sprache verschlagen? Oh, ja. Charlie hatte ein bisschen viel Spaß für meinen Geschmack. Mir brummt immer noch der Schädel. Ich bitte dich. Was soll da brummen? Da ist doch nichts drin. Ach, da hab ich wohl was verpasst. Ja, hast du wirklich. Es war sehr, sehr aufschlussreich. Ah, witzig. Gab's Probleme? Ach, easy peasy. Und sie haben dich nicht bemerkt? Auf keinen Fall. Und hinter welcher Tür steckt Scary Poppins? Hinter der da drüben. Der grünen. Sie fuhren da hinein und seitdem ist es dunkel. Sind sie noch da drin? Tja, ich hatte es ständig im Blick. Und niemand kam rein oder raus. Meinst du wirklich, wir brauchen die? Ich mein, die erwarten uns ja nicht. Unterschätzt die Typen nicht, die machen keinen Spaß. Ja, wir schleichen uns rein und wieder raus. Einfach so. Ja, das klingt gut. Und bei Gefahr? Erst schießen und dann werden Fragen gestellt, okay? Ja, ich dachte nur darüber nach, diese Tasche zu nehmen und einfach abzuhauen. Ja, du kannst mich nicht täuschen, Mann. Ey, glaub mir, das ist nichts gegen das, was noch kommt. Naja, in meinem Alter, da habe ich lieber den Spatz in der Hand. Oh. Habe ich es nicht gesagt? Naja, komm schon. Ne, ich hoffe einfach mal, dass du recht hast. Scheint alles ruhig. Meint ihr, die sind noch drin? Na, wir können wohl kaum einfach reingehen und nachsehen. Na, ja, wir sollten wirklich keine Zeit verlieren. Ich gehe rein und sehe es mir an. Ihr drei bleibt hier. Okay. Wo sind sie bloß hin? Das ergibt keinen Sinn. Helft mir mal. Ja, 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 bin da. Sieht hier jemand ein Auto? Ich sehe nämlich Katz. Das gibt's doch nicht. Verdammt! Ist das auch die richtige? Ja, das grüne Tor, ganz sicher. Nate, wir vergolden hier Zeit. Diese verdammte Tasche gefällt mir immer besser. Kommt schon, die sind nicht einfach verschwunden, okay? Es muss eine Erklärung geben. Okay, schauen wir uns doch mal hier um. Ja, sie waren hier. Ich krieg doch noch die Abgase. Hm, ein Mechanismus. Ja, vielleicht. Viel Reifen. Viel Kontakte. Sorry. Du stehst da. Ihr zwei, nach da und da. Alles klar. Bei drei, okay? Eins, zwei, drei. Und? Das muss es jetzt aber sein. Moment. Das ist das Licht. Sully, richte den Strahl auf die Wand. Wie Scheinwerfer. Verbrat mir doch einen, Stau. Ähm... Nate, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun? Es gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Wir folgen dem Auto. Du gehst zum Van. Wir bleiben in Funkkontakt. Ich geb Bescheid, wenn wir auf der anderen Seite sind. Ja, wo immer das sein mag. Sei auf alles gefasst. Muss vielleicht schnell gehen. Aber sicher. Das ist die beste Fahrerin im Business. Das kommt uns wohl allen mehr als merkwürdig vor. Wer bitte fällt mir dem Auto unter die Erde? Hm. Mal überlegen. Vielleicht jemand, der nicht will, dass man ihm fällt. Nur ein Tipp. Nicht los, Scheißer. Wir haben wohl direkt in die alten Versorgungstunnel gebohrt. Sollten wir uns durchquetschen können. Glaube ich. Na, nach ihm, Mademoiselle. Oh, das gibt's auch nicht. Was? Hey Mann, hab ich einen Rockern oder was? Mach einfach hin, Kumpel. Alles klar da hinten? Ja, ja, ja. Ich bin nur nicht so gern in engen Räumen, weißt du? Ja, beweg dich einfach. Oh, was für ein Glück. Danke, Frau Oberin. Wie dumm kann man denn bloß sein? Diese Schwiedearbeit. Viktorianisch oder vielleicht älter? Mann. Das Zeug rostet seit einem Jahrhundert. Vielleicht können wir hier durch. Das kriegen wir nicht vom Flachfischer nicht. Er wartet. Da oben ist ein Gegengewicht. Ist wohl verkeilt. Einer sollte hochklettern und es irgendwie lösen. Gute Idee. Wer wohl? Mist. Das sollte klappen. Lass dir Zeit. Gut gemacht, Jungs. Zurück. Erledige Sie. Leise. Gut gemacht, Jungs. Na los. Die sind sicher hier durch. Und es wird seltsamer. Wow. Dieses Mauerwerk. Wahrscheinlich Tudor. 16. Jahrhundert. Nach oben. Weiß er nicht. Hey, hier drüben. Nein, 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 nein. Im Ernst. Wer sind diese Leute? Ihre Entschuldigungen interessieren mich nicht. Er war ein Risiko und Sie wussten das. Ja, es ist bedauerlich. Nicht bedauerlich. Schlampig. Ihr Fehlurteil hätte uns alles kosten können. 400 Jahre der Suche. Endlich. Drakes Geheimnis wird enthüllt. Was soll das? Das verstehe ich nicht. Eine Fälschung. Was? Unmöglich. Ich hab ihn selbst geprüft. Das ist nicht der Ring. Ach was. Ich hatte ihn in der Hand. Er hat ihn sich um den Hals gelegt. Das ergibt keinen Sinn. Wir wurden getäuscht. Kata. Aha. Auf die Posten, Männer. Und Augen auf. Vielleicht ist man uns gefolgt. Ihr kommt mit uns. Findet sie und bringt mir den Ring. Wie ihr das macht, ist mir egal. Du nicht hookst. Ich magst du sein. Ich habe zwei. Sie livestream. Die haben aber ordentlich was am Laufen hier. Seht euch den ganzen Kram an. Hey, komm schon, wir haben keine Zeit für sowas. Ja, ja. Was soll das? Mein Gott, weißt du was das ist? Das ist ein Buch. Da sind noch mehr. Das ist eine Bibliothek. Nicht irgendein Buchklugscheißer. Gehörte T.E. Lawrence. Lawrence von Arabien. Ja, ja, ja. Ich weiß wer das ist. Verschickt aus Dorset, genau an dem Tag seines Motorradunfalls. 13. Mai 1935. Sie haben ihn getötet, als sie es hatten. Sie? Ja, sie. Sie. Die, wer immer diese Leute sind. Ach komm, was für ein Unsinn. Das war ein Unfall. Ein schwarzes Auto soll ihn abgedrängt haben. Leute. Oh, dann war das also eine Verschwörung. Vielleicht. Nate. Was? Das Ding. Darauf hast du 20 Jahre gewartet. Ja. Okay. Na dann los. L. O. H. D. N. Huh. Was denn? Oh, es heißt... Long Hidden. Was? Wirklich? Long Hidden? Soll das ein Witz sein? Sei mir nicht böse, Mann, aber dein Vorfall war ein verdammtes Arschloch. Halt die Klappe. Es ist ein Anagramm. Golden Hind. Die Golden Hind. Drakes Schiff? Ja. Ein Hinweis. Irgendwas ist versteckt in diesem Raum. Verteilen wir uns. Wir müssen es finden. Wir müssen es finden. Wonach suchen wir überhaupt? Die Golden Hind. Es könnte ein Modell oder Gemälde sein. Warum glaubst du, dass sie hier ist? Sie muss hier sein. Na, sie könnte natürlich auch in der Buckland Abbey sein. Was? Buckland Abbey. Ein Ort, an dem du noch nie warst. Weiter. Da ist ein Stuhl, der aus dem Holz seines Schiffs gemacht ist. Vielleicht ist sie da drin. Ja, sie könnte eigentlich, aber... Nein. Nein, sie muss hier sein. Das ist eine Falle. Sie sind hier in Deckung. Nein, wir könnten hier Hilfe brauchen. Na los, nein, komm, schau! Was zur Hölle machst du? Nehmt das hoch und die Schiff hier ist! Zurück, zurück! Los, na los! Los, 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 los! Oh, Scheiße! Mist! Und da sagt der Kerl, Bohnen und Speck, oh verdammt, hoffentlich halten sie die Hosen aus. Cheers. Auf unseren Erfolg! Oh, ja. Kommst du nicht zu uns, Herzchen? Ja. Ja. Die Karte ist der Beweis. Drake ist nicht sechs Monate durch Ostindien gegurkt. Er ist direkt nach Arabien gesegelt. Okay. Aber jetzt wird's interessant. Seht ihr das hier? Das ist John Dees Unterschrift. Wer zum Teufel ist? John Dee. John Dee. Einer der engsten Berater von Queen Elizabeth. Das weiß doch jeder. Ja, ja. Er war Mathematiker und Navigator. Seiner Zeit weit voraus. Er hat das hier wahrscheinlich erfunden. Der stand voll auf okkulten Kram und zwar das richtig wehrliche Zeug. Er hat alle seine Briefe an die Queen so unterschrieben. Er war ihre Augen. Der erste 007, seht ihr? 007. Miss Moneypenny. Also, was John Dee der Drake nach Arabien geschickt hat? Ja, sieht ganz so aus. Dee und Elizabeth. Und Walsingham. Toll, aber warum? Das wär dann die Millionenfrage, was? Hier kommt T.E. Lawrence ins Spiel. Denn bevor Lawrence zu Lawrence von Arabien wurde... Klasse Film. ...war er Archäologe. Schon als Kind war er von Geschichte fasziniert, vor allem von Rittern und den Kreuzzügen. Er ist überall gewesen und hat alle Kreuzritterorte dokumentiert. Hier steht alles drin. Okay. Also, ich versteh nur Bahnhof. Was zum Teufel hat das mit Drake zu tun? Wart's doch mal ab. Nach dem Krieg hat Lawrence gesagt, dass er nur nach Arabien zurückkehren würde, um einen Ort namens Atlantis der Wüste zu suchen. Die Legende taucht immer wieder unter verschiedenen Namen auf. Ubar, die verschollene Stadt Iram, die Messingstadt. Die Geschichte ist aber immer dieselbe. Oh, Stadt des grenzenlosen Reichtums. Für ihre Arroganz von Gott zerstört. Für immer vergraben im Sand der Rup-Al-Kadi-Wüste. Genau hier. Ja. Also, das mit dem grenzenlosen Reichtum klingt gut. Und du meinst, Elizabeth und die haben Drake hingeschickt. Oh, ja. Noch wichtiger ist, dass Malo danach sucht. Also, warte. Wenn Drake von der Queen beauftragt wurde, diesen Ort zu finden, wieso die Geheimhaltung? Es sieht doch so aus, als habe er alles daran gesetzt, sämtliche Funde zu verstecken. Und das sogar vor ihrer Majestät. Ich weiß nicht. Oh, sorry, was war das? Halt, warte mal einen Moment. Falls du dich erinnerst, als wir das letzte Mal um die halbe Welt gereist sind, um eine verschollene Stadt zu finden, wurde es ziemlich brenzlig. Ja, aber diesmal sind wir im Vorteil. Ich mein, Drake wusste nur die eine Hälfte. Und Lawrence die andere. Wir wissen alles. Und Malo weiß gar nichts. Gibt nur ein Problem. Die Rupal-Kadi-Wüste. 600 Meilen Durchmesser. Sogar die Beduinen laufen außen rum. Und selbst wenn wir wüssten, wo sie ist, was nicht der Fall ist, würden wir sterben, bevor wir sie finden. Jetzt mal langsam. Seht ihr die Symbole hier? Ja. Sieht zabeisch aus. Das ist zabeisch. Genau. Die Kreuzritter haben vor 1000 Jahren nach der gleichen verschollenen Stadt gesucht. Von allen Orten, die Lawrence dokumentiert hat, sind nur zwei mit diesen Symbolen markiert. Einer in Syrien, der andere in Frankreich. Oh. Nein, ihr zwei geht nach Syrien. Wir nach Frankreich. Wenn wir diesen Hinweisen folgen, finden wir Lawrence' verschollene Stadt. Das weiß ich. Und was dann? Wie kommen wir durch eine 600 Meilen lange glühend heiße Wüste? Hm. Sie liegt in der Mitte der Wüste. Also eigentlich sind's nur 300 Meilen. Oh. Ach, keine Ahnung. Wir kriegen das hin. Kommt Zeit, kommt Rat. Ganz einfach, was? Genau. Was sagt ihr? Ach, was soll's. Bin dabei. Boah, wie hast du bloß diesen Gestank ertragen. Man gewöhnt sich dran. Wie an alles. Was zum Teufel ist das? Sag's nicht. Sieht aus, als müssten wir den Rest zu Fuß gehen. Was? Nur du findest selbst mitten in Frankreich noch nen Dschungel. Tja, das ist jedenfalls die richtige Richtung. Das Schloss sollte dort sein. Ist nicht weit. Mal los. Ja. Ist nicht weit. Bei dir weiß man nie, was das heißt. Eine Meile oder 20. Ach, wir verlaufen uns noch wie in Peru. Haha, du willst jetzt über Peru reden? Wirfst du mir das etwa immer noch vor? Ich war 15, Sully. Als ich die traf, hätte ich wissen müssen, dass ich im Knast lande. Das hast du dir alles selbst eingebracht, mein Junge. Und außerdem habe ich dich rausgeholt. So wie jedes Mal. Komm, hier durch. Da ist er. Wie in Laurens Notizen. Vertrau mir doch einfach, Sully. Okay. Diese Schlucht war vorhin aber nicht auf der Karte. Scheint ganz neun zu sein. Okay. Komm, wir finden einen anderen Weg. Hey, ist das eine Panflöte? Hüah! Hüah! Hier lang. Vorsichtig. Ich weiß nicht, Johan. Sicher, dass wir hier richtig sind? Das ist nicht alt genug für ein Kreuzritterschloss. Sieht nach. Renaissance aus. Hast du etwa wieder in meinen Büchern gelesen, Sully? Laut Lawrence wurde das ursprüngliche Schloss im 11. Jahrhundert gebaut. Der Rest kam dann später hinzu. Ja. Versuch die Tür. Geht nicht auf. So kommen wir da nicht rein. Ich kann bestimmt durch das Loch klettern. Da wette ich drauf. Lass mich raten. Du bleibst hier und rauchst noch eine. Ja. Okay, fackel das Schloss nicht ab. Nein, krieg ich nicht auf. Dieser Balken ist im Weg. Ja, wir brauchen was zum Hebeln. Schaust du es bis oben? Ich versuch's. Warte. So klappt es. Warte. So klappt es. Pass auf, da oben. Hier ist alles Marsch. Sieht aus, als hingen die Kronleuchter an einem Flaschenzug. Ja, so holt man sie runter zum Saubermachen. Hey, da ist so eine Art Mechanismus. Gut. Los geht's. Stimmt. Papst. Na, bin drin. Die Frage ist wo? Bin gleich unten. Hey, Nate. Der Turm da. Sieht alt aus. Ja. Das ist der aus Laurens Notizbuch. Muss er sein? Gut. Danke. Okay. Ich drücke, du ziehst. Auf drei, klar? Was? Eins, zwei ziehen oder eins, zwei, drei ziehen? Zieh einfach. Okay. Äh. 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 Ah. Ah. Hey, bist du okay? Ja. Ich überlebe's. Wie soll ich da wieder hochkommen? Ich geh da lang. Wir treffen uns da drüben. Alles klar. Vorsichtig da unten. Okay. Ich hoffe, es gibt eine andere Seite. Kinderspiel. Mist. Sie sind hier irgendwo. Los, finde sie! Ich muss Salivanen. Oh! 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 Ich bin jetzt. Ich weiß es nicht. Versuch's doch mal unten. Hey. Sieh dir das an. Was zum Teufel? Der gehört zu Talbot. Gehörte. Das ist unmöglich. Die kamen gerade erst. Ja, aber was ist mit ihm geschehen? Ich weiß es nicht. Aber das gefällt mir verdammt normal gar nicht. Hm. Oder ein Alchemisten-Labor. Moment. Erinnert dich dieser Ort an etwas? Ja. Und zwar an Malos gruseliges Versteck. Sully. Sully, das ist John Dees Labor. Hier draußen? In Frankreich? Tja, er folgte den Hinweisen bis zu den Kreuzzügen. So wie Lawrence. Hey. Sieh mal. Ah. Schon wieder Sabiisch. Aber was sind das für Symbole? Er hat wohl an etwas gearbeitet. Hier ist so etwas wie eine Nachricht auf Hinochisch. Kannst du es entschlüsseln? Es geht. Der Altar schützt den Eingang in die Unterwelt. Hm. Er hat ja mit Magie Geister beschworen. Ja. Oder im Altar versteckt sich ein geheimer Weg, mein Jammer. Oh. Klar. Hilf mir schieben. Sieh mal einer. Schlauer alter Mistkerl. Oh, danke. Nicht du. John Dee. Oh. Ach, du bist auch schlau. Und alt. Da haben wir es. Sully, gib mal Feuer. Ja. Ach, viel besser. Also irgendwann solltest du mal deine eigenen Streichhälter bei dir haben. Wovon redest du? Wow. Sieht aus, als wollten sie etwas draußen halten. Oder drin. Hier, hilf mir mal. Scheint die Familie in groß zu sein. Dein Freund Godfrey müsste hier liegen. Mit etwas Glück. Wenn er etwas über das Atlantis der Wüste wusste, nahm er's mit ins Grab. Na, dann suchen wir das Grab. Genau. Ich hab's. Oh, komm mal. Wie einladend. Vorsichtig. Lag Gottfried. Ich's persönlich. Das ist es. Hier, halt mal, ja? Klar. Sieh mal. Eine Art Amulett. Hier steht etwas. Du machst das also direkt auf Lanzellot, was? Mhm. Das ist Sabirsch. Also aus dem alten Jemen, was? Ja. Genau von dort, wo Francis Drake im 16. Jahrhundert gelandet wäre. Vielleicht der Name einer Stadt? Ja. Vor 3000 Jahren. Wo sollen wir ohne den Rest der Hinschrift suchen? Hoffen wir, dass die andere Hälfte in Syrien ist. Ja. Und dass Katha und Chloe sie finden. Das würde ich lieber nicht tun. Ach, shit. Hervorragende Arbeit, Gentleman. Harris. Nehmen Sie doch bitte Mr. Drake das Artefakt ab. Ja, Harris. Hol's dir doch. Dafür muss man doch nicht gleich sterben, oder? Ihr Freund stimmt mir zu. Komm schon, Nate. Was ist das? Oh mein Gott. Was zum Teufel. Bleib im Licht. Nehmen Sie es. Weg. Ihre Fackel scheint zu erlöschen. Viel Glück damit. Was für ein Idiot. Ja? Komm schon. Wir müssen hier so schnell wie möglich raus. Bleib dicht bei mir. Hilf mir mal. Hier. Los. Die sind überall. Ali. Komm schon raus. Komm, wir müssen los. Los. Nein. Komm schon. Komm schon. Mann. Mann, sind die Fischer schlecht. Hier hoch. Komm schon raus. Komm schon raus. Komm schon raus. Mach sie weg. Mach sie weg. Okay, alles klar. Wollen wir ein paar Dinge? Ja, dreh dich um. Alles klar. Bist du okay? Ja, glaub schon. Okay, nächst wieder reingehen. Ich denke, es ist eine gute Idee. Vorsicht, Nate. Oh, Mist. Oh, oh, oh. Oh nein, nein, nein! Shit! Hey! Oh Mann! Alles klar? Los! Los! Shit! Mist! Sully ist ins Westen! Oh shit! Die zwei! Runter! Oh shit! Los! Fodri! Los nicht, bewegt dich! Hier oben! Los nicht, bewegt dich! Sonny! Sonny, halt durch! Es kommt raus! Ich komme! Ich hab dich! Ich hab dich! Los! 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 Leiter, weiter! Eine Leiter! Los, komm! Los, Sonny! Festhalten! Los! Pass auf mich! Oh mein Gott! Der verdammte Schaub bricht zusammen! Lauf! Los! Lauf weiter, Sally! Oh Scheiße! Los! 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 Oh Mann! Das war knapp, was? Geht's dir gut? Oh ja! Einfach großartig! Ja! Ja! Gib mir mal einen Moment! Du vergisst irgendwie immer, dass ich 25 Jahre Vorsprung hab! Komm schon, Sally! Du bist stark wie ein Ochse! Ja, klar! Also, warum die Eile? Die denken doch, wir wären da drin! Er hat nicht viel gefehlt! Ja! Ja! Mal im Ernst! Ich glaub, ich hab'n Faden verloren! Warum machen wir das hier eigentlich alles? Oh nein, 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 nein! Wenn da jetzt einer deiner Ich Bin dafür zu Altreden kommt, lass es bleiben! Hey, die Jungs hier verstehen keinen Spaß! Ja und? Willst du jetzt einfach aufgeben, oder? Aber es redet doch niemand davon, aufzugeben! Dann tu bitte nicht so, als wärst du reif für die Kiste! Okay? Hör zu, Junge! Ich bin seit 20 Jahren für dich da! Und daran wird sich auch jetzt nichts ändern! Kannst du mir glauben? Ich will doch einfach nur sicher sein, dass wir hier das Richtige tun! Dein verdammter Stolz vernebelt dir das Hirn! Du wirst unvorsichtig! Das solltest du besser wissen! Du wirst nur dabei drauf gehen! Ah! Verdammt! Am Ende gehen wir alle dabei drauf! Oh nein! Was? Cutter und Chloe! Sully, wenn sie uns gefolgt sind! Scheiße, dann werden sie den beiden auch folgen! Wir müssen sie irgendwie... Ja und dann nichts wie ab nach Syrien! Ich hoffe nur, dass du weißt, wo unser Auto steht! Ich bin nämlich vollkommen orientierungslos! Verdammt! Ich kann die beiden nicht erreichen! Irgendwas stimmt da ganz und gar nicht! Wann macht denn der Laden wieder auf? Wir haben noch ein paar Stunden, bis die Touristen anrollen! Na dann schwingen wir die Hufe! Die Kette ist durch! Okay, dann sind wir wohl nicht die Ersten hier! Na ja, aber... Marlo und Talbot halten uns für tot! Also haben wir das Überraschungsmoment! Verbocken wir's nicht! Genau! Wir schleichen uns rein und... finden raus, wo sie Chloe und Cutter festhalten! Wenn sie hier sind! Positiv denken, Sully! Ich finde nur, dass die Typen nicht nach Geiseln nehmen und aussieht! Seien wir doch einfach mal optimistisch, okay? Wir retten Cutter und Chloe und... schleichen dann zu viert wieder raus! Na klar! Rausschleichen! Na klar! Warum nicht? Verdammt nochmal! Seid ihr nicht in Frankreich? Wir wollten euch retten! Vor wem denn? Wir dachten, ihr wird entführt! Oder schlimmer! Aber wieso denn? Na ja, Talbot überfiel uns im Schloss, das war eine Falle! Wir dachten, sie sind euch auch gefolgt! Ja! Ja, sie sind auf jeden Fall hier! Na großartig! Dann sollten wir vielleicht leiser sein! Was war bei euch los? Wir erreichen euch seit 24 Stunden nicht! Ah! Ich muss mein Guthaben aufladen! Du benutzt ein Prepaid-Handy? Mann, mit Vertrag ist doch krasse Abzocke! Was? Meins ist kaputt! Was? Okay! Kommt! Vergessen wir's! Ihr glaubt nicht, was wir entdeckt haben! Ich habe alles hier! Nicht nur, dass Elisabeths Spionagenetzwerk bis hierher reichte! Sie waren alle Mitglieder einer Art hermetischen Geheimgesellschaft! Der British Occult Secret Service! Die School of Night! Der Hellfire Club! Die Order of the Golden Dawn! Sie gehören alle zusammen! Und John Dee? Und Francis Worthingham und Walter Raleigh und auch dein Kumpel Drake! Sie alle wussten Bescheid! Aber für sie ging es nur um die Macht! Die Feinde beherrschen mittels Spionage, Täuschung, Furcht! Hey Leute! W-w-w-w-warte, warte! Und Malo und ihr Team? Sind vom selben Geheimorden! 400 Jahre später! Könntest du bitte endlich zum Punkt kommen? Ja, wir müssen echt machen, dass wir wegkommen! Klar, klar! Hier, schaut mal her! Quod est Superius? Est Sigurd Quod est Inferius? Wie oben, so auch unten! Und das ist der Schlüssel zu allem! Wir müssen zum höchsten Punkt in diesem Schloss! Na, dann nehmen wir doch einfach die Treppe! Ah, geht doch! Mit diesem Hinweis könnten wir den Weg in die Gruft finden! Der Eingang muss hier irgendwo versteckt sein! Da! Das ist der höchste Turm! Okay! Dann müssen wir also nur da rüber... Achtung! Oh Mist! So ein Mist! Runter! Und jetzt? Zum Turm müssen wir an ihnen vorbei! Toll! Und was ist aus reinschleichen und rausschleichen geworden? Was? Wir geben nicht auf! Ja, wir sind so nah dran! Kommt, wir finden einen Weg um sie herum! Tor! Perfekt! Charlie, hilf mir mal eben! Durch? Ja, okay! Hups! Bourg! Ist klar! Runter! Das! Ah! 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 Hier hoch, komm schnell. Hier oben. Hey, gebt uns Deckung, okay? Ja, aber ihr beeilt euch, okay? Ja, wir sind hier leichte Ziele. Hier, siehst du? Wie oben, so auch unten. Aber hier sind wir richtig. Ja, aber wofür sind wir hier richtig? Die Kreuzfahrer hätten den Eingang zur Gruft irgendwo gut sichtbar platziert. Moment mal. Ja, sieh mal. Das Symbol ist auch auf Drakes Karte. Direkt daneben. Klar, der kleine Bär, der Polarstern. Der Fixpunkt am Nachthimmel. Wenn wir dem runter zur Burg folgen... Der zeigt bestimmt zu unserem versteckten Eingang. Könnte ich mal sehen? Ja, ja. Ich will es zurück. Nimm das Teleskop. Mach ich, mach ich. Wenn du das Teleskop nicht benutzt, gib's her. Ich find ihn. Ich benutze es schon. Ich hab sie. Okay, dann suchen wir mal den Eingang. Er sollte direkt unter dem Polarstern sein. Da ist er. Hm, das ist aber sehr gut sichtbar. Ähm, Leute! Ja, eine Sekunde. Etwas zu einfach, oder? Nein! Vorsicht! Runter! Los, lauf! Auf mich! Die spinnen doch recht! Was ist denn los mit den Tüten? Die machen hier alles kaputt! Bewegung! Da! Ein Drahtseil! So kommen wir rüber! Bereit! Los geht's! Okay! Alles klar! Komm schon! Komm schon, Mate! Los, 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 los! Wo sind sie? Hey! Hey! Hier unten! Alles klar, Leute! Ja! Ja, wir suchen einen anderen Weg und treffen euch! Vorsicht! Mist! Hey, Mann! Da! Der Turm! Was ist mit Sally und Chloe? Den geht's gut! Sieh mal! Sieh mal! Da ist er! Sehen wir ihn uns an! Nein, das ist keine gute und weg ist er! Toll! Ich wusste, dass das zu einfach wäre! Vor tausend Jahren war das kein Lagerraum! Nein, 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 Mann! Wir übersehen etwas! Hey, warte doch mal! Die Statuen, siehst du? Eine an oben, eine unten! Ja! Sieh mal! Oben, unten! Es ist dasselbe Thema, wieder und wieder! Also eine weitere Brotkrumme auf dem Weg? Hm, das sieht fast so aus! Gibt das Teleskop? Ja, klar! Danke! Hey! Da ist das Symbol wieder! Ja, diesmal ist es vielleicht nicht oben, sondern unten irgendwo! Warte! Ja, da! Aha! Wie unten, so oben? Ja! Okay, bewegt das Visier nach oben! Was siehst du? Ja, diese Säulen. Das muss es sein. Okay, gehen wir rüber und sehen es uns an. Ja, unterwegs treffen wir Sully und Chloe. Sie sind da drüben! Shit! Wir haben uns! Komm schon, Charlie, wir können hier nicht bleiben! Wir müssen weg! Gut, das ist die Wand. Okay, der Eingang zur Gruft sollte irgendwo hier sein. Und? Was sagt der gute Lawrence dazu? Gar nichts. Weiter kam er nicht. Und wir sollen es schaffen. Symbolisch ist ein Eingang durch zwei Säulen gekennzeichnet. Toll! Welche? Und ein Eingang zu was? Naja, zu einem anderen Reich? Einem Heiligtum? Eine Opferstätte? Oh, das hört sich spaßig an. Hey, vielleicht um die Ecke. Ja, okay. Nein. Geben Sie sie mir. Gut. Das Tagebuch. Danke. Trau niemals, Drake. Wo ist eigentlich Charlie? Wer weiß. Nein, nein, nein! Shit! Er ist weg! Was zur Hölle? Hey Charlie, bist du okay? Hä? Charlie? Was zur Hölle? Schaut euch das an! Oh Mann, was soll diese Geheimagenten-Scheiße? Hoffen wir mal, dass die Dosis nicht zu hoch war. Oh nein, 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 nein! Oh Mist! Bleib ruhig, schau mich an! Charlie! Hierher! Los, wir müssen jetzt weiter, okay? Lass mich los! Hau bloß ab! Niemand will dich anfassen, Charlie! Was zur Hölle war in dem Fall? Dein Gesicht blättert ab! Tja, was auch immer es war, jetzt hat der üble Haar los! Charlie, hör zu... Hey, alles ist gut! Hau ab! Ha! Ich lass mich nicht mitnehmen! Hey, niemand nimmt dich irgendwo hin mit! Komm, komm doch einfach mit uns, okay? Ja! Oh nein! Der Boden schmilzt! Wir können nicht bleiben! Weiter! Wie? Wir müssen irgendwie den Drufteingang finden! Wie machen wir das? Na, Charlie hatte eine Spur! Ich weiß nur nicht genau was! Der Zauberstab des Markies! Oh Mann! Ohne sein Tagebuch kommen wir nicht weiter! Lass mich nachdenken! Okay, ähm... Hermetisch! Vom griechischen Hermes, was Säule heißt! Ja, das wissen wir schon! Die sieben Säulen der Weisheit? Zwischen Gnade und Härte! Wartet! Wir haben es missverstanden! Es ist nicht der Raum zwischen den Säulen, sondern die mittlere Säule! Balance! Was? Das stand in Charlies Buch! Die Säule der Balance zwischen den beiden Extremen! Zwischen Schwarz und Weiß, Wasser und Feuer, Mann und Frau! Oh! Der Mittelweg! Der Mittelweg! Was ist das? Sully, hilf mir hier mal! Na los, komm schon! Nein, 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 nein! Nein, schon gut, Charlie, komm schon! Oben und unten sind beide gleich! Aha! Na bitte! Hier lang! Da müssen wir uns wohl durchgrenchen! Oh! Okay, ihr geht vor! Ich helfe Charlie! Alles klar! Aber, aber, aber... 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 Da los, Kumpel! Alles gut! Wohin bringst du mich? Wir gehen einfach hier durch, okay? Wir gehen einfach hier durch, okay? Wieso machst du das? Wieso machst du das? Keine Sorge, Mann! Fass mich nicht ab! Alles okay! Ganz ruhig! Ganz ruhig, Charlie! Okay, sind durch! Warte! Da oben ist noch ein Durchgang! Geht weiter! Ich mach das! Wir leuchten dir den Weg! Oh, Kumpel! Gleich geschafft! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich kann nicht atmen. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Charlie, los, kommt schon. Nur noch ein? Lasst mich! Komm schon, ich bin's. Mist. Okay. Charlie. Charlie. Okay, hör auf. Ich... Ich... Reste! Das ist ein Rebarer! Charlie, stopp! Carter! Charlie! 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 Nein, was machst du? Nichts! Charlie, du erwürgst Nate! Okay, du musst zuhören! Du erwürgst Nate! Charlie! Oh, mein Gott! Komm! Komm, alles gut! Mir geht's gut! Komm, Michelle! Mir geht's gut! Mir geht's gut! Nate! 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 Es tut mir leid! Mir geht's gut! Wir sind quitt! Warte mal! Wolltest du... Wolltest du mich wirklich erschießen? Ja, wie ein räudigen Hund! Wow! Auf ein neues! Ich geh zuerst! Shit! Folgt mir! Ah nein, noch dreh ich dir nicht den Rücken zu! Nach dir! Puh! Oh, toll! Und dann hältst du mir die Knarre an den Kopf und ich rauch Zigarre mit Winston Churchill! Hey! Seid nett, die Jungs! Ja, kommt schon! Ihr habt's fast! Na los, hauen wir ab! Die suchen uns bestimmt! Nein! Ei! Ist das das Wasser? Ich weiß es nicht. Oh nein! Bitte! Bitte sag mir, dass du die auch siehst. Ja, ich sehe. Was du auch machst, halt sie fern. Wirklich? Bleib im Licht des Feuers. Was machst du? Wenn ich eine sollte, ich es über dieses Fleck geschaffen. Wie bitte? Ich mach dir den Weg frei, wenn ich da bin. Wenn du da bist? Du bist verrückt. Das Wasser muss fließen. Hast du ne bessere Idee? Wirf die Fackel da runter. Okay, wir suchen nach einem Ritterkram. Wie dem in Frankreich. Als wenn ich richtig liege. Dann ist er mit der anderen Hälfte des Amulets begraben. Ist er das? Ja, genau so wie der in Frankreich. Wahnsinn! Ja, brillant. Öffnen wir ihn. Da ist er. Was hab ich gesagt? Zeig mal die andere Hälfte. Ja, übrigens... Talbot hat sie. Was? Ja, ich hab's dir gesagt. Als er uns am Schloss überfiel, hat er es gestohlen. Und warum machen wir das hier? Warte. Mach mich mal nicht runter. Hier. Da. Siehst du? Hm. Und mit der kompletten Innschrift. Wissen wir, wo im Jemen wir hin müssen? Herzlichen Dank. Gut gemacht. Ah ja, warte mal kurz. Ich glaub, das nehm ich besser. Okay. Nichts wie weg hier. Such weiter. Ach, Mist. Sie sind uns gefolgt. Hoffen wir mal, dass es einen anderen Weg rausgibt. Ah, hier ist ein Luftzug. Hey, komm her. Ja, ja, ich fühle einen Luftzug. Super, lass das eine Außenwand sein. Sie geht nach. Charlie, hilf mir mal damit. Ja. Leute, wir haben nicht viel Zeit. Kämpfschiff, los. Ja. Oh, vielen Dank, das nehm ich. Waffen runter. Ja, wollte ich auch grad sagen. Na dann, was für ein Dilemma. Das sieht nach einem Putt aus. Bis meine Männer kommen, natürlich. Wir haben Zeit. Oh nein. Jungs? Charlie? Das glaub ich jetzt nicht. Und so wendet sich das Blatt, nicht wahr? Runter mit den Waffen. Leck mich doch. Carter, schießen Sie. Nein. Halt! Ganz langsam. Okay. Das ist schon viel besser. Töten Sie ihn. Du verdammter Dreckskart. Carter, schießen Sie endlich. Mit Vergnügen. Lauft! Lauft zum Turm! Los, los! 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 Lassen Sie Ihre Waffen! Ich will die Sonswinkern! Oh, shit. Mal los, Cutter! Er schafft es nicht. Okay, was tun wir jetzt? Was machen wir? Charlie! Was zur Hölle? Sie sind nicht weit gekommen, Boss. Geben Sie her. Leck mich! Wir können nichts machen, Junge. Verdammt, diese miesen Schweine. Oh, Cutter. Ich habe Ihnen so viel zugetraut. Haha, ja klar. Wirklich. Sie hatten Potenzial. Jetzt. Tja. Witzig, wie das Leben so spielt, oder? Sie haben mich verraten. Und jetzt sind wir beide hier. Als wäre es so vorherbestimmt. Charlie, nicht. Scheiße! Scheiße! Nein! Beilung! Los! Charlie! Mist! Nicht bewegen! Verdammt, nicht bewegen! Oh Gott, mein Bein! Nicht anfassen! Sie ist gebrochen! Das weiß ich auch! Du musst ganz ruhig bleiben, okay? Moment. Nate? Sieh mal. Oh, was zum Teufel. Hier lang! Okay, hier können wir nicht bleiben. Lasst mir die Knarre. Ich leg die Schweine um. Vergiss es. Wir bringen dich hier raus. Los, aufstehen! Hab ihn! Gebt uns dein Korn! Okay. Okay. Wie ist das möglich? Ich hab ihm doch! Seinen verschissenen Schnöselanzug kommt. Er muss zu einem Arzt. Mist! Ein Hinterhalt! Okay. Kommt schon, Jungs. Sorry, Charlie. Puh! Vorsicht! Da sind noch mehr! Ach, Mist! Kommt schon, wir müssen hier raus! Mein Bein! Mist! Verdammt! Ganz ruhig. Okay. Okay. Der Bus. Wir nehmen den Bus. Damit fallen wir garantiert nicht auf. Morgen! Glaubt mir, Leute. Ist den Eintritt nicht wert. Na los. Ja, eins. Zwei. Zwei. Ja, ja. Hier hin. Okay. Ja, ja. Hier. Ja. Ja. Okay. Ich mach das. Kümmere dich um ihn. Da kommen sie. Charlie, lass uns verschwinden! Nein! 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 Schätze, die sind wir los. Okay. Jetzt müssen wir nur noch den Bus loswerden. Gut. Alles gut bei dir? Ja, großartig. Das war echt knapp. Das wird schon wieder. Nein! Ich mein das Ganze. Das ist es einfach nicht wert. Wir sollten das lassen. Oh nein, 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 nein. Ihr dürft nicht aufgeben. Wenn die Schweine gewinnen sollten, nach all dem, werd ich euch das nie verzeihen. Keine Sorge, Charlie. Ich lass die niemals gewinnen. Was ist los? Was willst du eigentlich beweisen? Ich will gar nichts beweisen. Ja. Hast du noch einen Plan, Junge? Ja, ich geh in den Jemen. Bist du dabei? Ah, klar. Okay, wir müssen schnell reinkommen. Ohne Ärger. Wir könnten da jemanden anrufen. Wen? Oh nein. Nein, nein, nein. Hast du ne bessere Idee? Dann schieß los. Wie wär's mit... Na gut. Ruf halt an. Elena Fischer, Auslandskorrespondent. Hey, Sully! Wie geht's, Schätzchen? Ach nein, lass mal. Das mögen die hier nicht. Oh, klar. Aber ihr zwei könnt Händchen halten. Nein. Wie geht's, Elena? Na gut, danke. Du siehst toll aus. So, das werde ich vermutlich bereuen. Diese Passierscheine bringen euch durch die meisten Kontrollen. Okay, gut. Wegen der Taschen muss ich mir keine Sorgen machen, oder? Aber nein. Nein. Klar. Zumindest jetzt noch nicht, hm? Okay, denkt dran. Ihr seid jetzt Journalisten. Also verhaltet euch auch entsprechend. Meinst du, du kriegst das hin? Ich glaube, sie meint dich. Also, was habt ihr zwei Vögel denn jetzt genau vor? Nur ein wenig historische Forschung. Klar, deshalb habt ihr es auch so eilig. Ganz genau. Keine verfluchten Schätze? Nein. Keine teuflischen Kriegsherren? Nein. Du bist ein schlechter Lügner, weißt du das? Was? Ja, das bist du. Oh, komm schon. Ich schau ihn wieder, oder? Das Auto, wo ist es? Oh, es steht dort. Ich nehm die Taschen und geh schon mal. Nate. Du trägst die noch? Ja, tu ich. Hier unten hilft er mir sehr. Ach, wirklich? Im Ernst? Bild dir bloß nichts drauf ein. Wie ich sehe, trägst du deinen ja auch noch. Was? Oh, oh, ja. Und deswegen bist du doch eigentlich hier. Du verstehst das nicht. Ich hab endlich den Beweis. Drake hat gelogen wegen der Route nach Ostindien. Vor 400 Jahren war er hier. Warum, Nate? Na ja, das wollen wir ja gerade rauskriegen. Nein, ich meine, warum diese Besessenheit? Ich, ich mach mir Sorgen. Ich pass schon auf mich auf, okay? Ich, ich sprech nicht von dir. Was, Sully? Er geht bis ans Ende der Welt für dich, Nate. Bitte, lass das nicht zu. Komm schon, das ist nicht fair. Was soll das überhaupt bedeuten? Alles klar? Du kannst uns einfach am Stadtrand rauslassen, okay? Das kannst du vergessen. Ihr zwei steht unter meiner Aufsicht. Ich werde euch nicht aus den Augen lassen. Wenn du die Spur von Francis Drake finden willst, müssen wir in die Altstadt. Das hier ist die Neustadt? Na ja, relativ. Die Stadt wurde vor mindestens 3000 Jahren gegründet. Also gut, geh vor. Okay, da. Seht ihr den Turm da vorn? Dort beginnt die Altstadt. Da müssen wir hinkommen. Salaam. Wa alaikum salam. Wattbaru. Okay, hier durch. Okay, jetzt müsst ihr euch benehmen. Ja, ma'am. Ich mein's ernst. Die Polizei patrouilliert hier überall und Aufmerksamkeit können wir nicht brauchen. Kein Ding. Wir gehen über den Markt. Ah. Okay, sie haben wohl die Straße abgesperrt. Ich schau mal, was sich machen lässt. Ihr bleibt hier. Sie trägt ihn auf. Oh ja, dann scheint es hilft, dass sie unten sehr. Wie heißt das? Keine Ahnung. Und? Okay, schlechte Nachrichten. Sie lassen niemanden durch. Hey, wir versuchen's hier. Ich kenne einen anderen Weg. Okay, da, da unten. Diese Gebäude waren schon hunderte Jahre alt, als Francis Drake lebte. Gut. Nicht schlecht. Hey. Hey. Talbot. Wer? Er hat Cutters Notizbuch. Was? Halt, was? Charlie Cutter? Keine Zeit. Charlie kann alles erklären. Moment mal. Wir sehen uns unten. Na. Sie wissen nicht, wann's genug ist, was? Dann mal los. Na, immerhin etwas. Auf ihn! Hallo, Jungs. Na, immerhin etwas. Na, immerhin etwas Wort. Oh Oh Nate Nate, mal schauen Ok, da lang Schnell Hier runter. Hier durch. Schnell! Nichts wie weg hier. Hey, hier rein. Klärt mich bitte mal jemand auf? Wer waren die Typen? Und was hat Charlie mit dem Ganzen zu tun? Er hat uns bei der Sache geholfen. Ein Moment, hat? Ist er tot? Nein, nein. Er und Chloe. War es Chloe auch? Ja, aber sie stiegen aus, als Katte sich das Bein brach. Er brach sich das Bein? Zum Glück hat er sich bei dem Stürz nicht das Genick erbrochen. Ihm geht's gut. Ja, also immer noch besser als zu verbrennen. Ich wäre auch gesprungen. Nicht hilfreich. Okay, dann sagt mir jetzt endlich, wonach ihr wirklich sucht. Äh, das. Komm her. Sully, sieh dir das an. Glaub dich, sind wir los. Was haben wir da Schönes? Wir sind wohl direkt in den Geheimeingang gestolpert. Oh, wirklich beeindruckend. Ohne Ausrüstung bringen wir da keine Zehnpferde runter. Frag doch den Teppichhändler von eben. Ne, ich mein, Knarrenwaffen. Er ist doch gar kein Teppichhändler. Ah, wirklich. Hey, pass aber auf dich auf, okay? Ja. Im Ernst, Link, warum sagst du mir nicht die Wahrheit? Die Kerle sind nicht wegen historischer Forschung hier und du auch nicht. Es geht um diese Marlow, hab ich recht? Ja, aber sieh dir das hier an. Ich habe sie endlich. Und es ist, wie ich gesagt habe. Das wurde zu dem. Und das brachte uns her. Zu einem Loch in der Erde. Wie immer. Nur vom Feinsten. Kaum gib es zu. Du liebst das hier genauso sehr wie ich. Nein. Nein, nicht mehr. Wirklich? Na gut, dann. Wie wäre es, wenn du einfach gehst? Was, ich? Ich? Soll gehen? Echt lustig. Schrotflinten? Warum nicht? Was zum... Was? Er hatte nur zwei. Toll. Na gut, dann helft mir jetzt mal. Und hopp. Bereit? Hilf. Oh, ein langer, harter Weg. Heh, witzig. Was? Nichts, es wird lang und hart. Wollen wir? Okay, Jungs. Geheimer Eingang zu was? Was ist da unten? Das lässt sich herausfinden. Wieder keine Antwort. Da hast du was anderes erwartet. Hey, Nate. Auf der Wand hier ist etwas eingekratzt. Das ist henochisch. Das ist bestimmt von Drake. Kannst du es entschlüsseln? Ja, ich versuch's. Der Mond zeigt den Weg. Der Mond? Hier unten. Ha, ich bleibe auf keinen Fall hier, bis es dunkel wird. Ich wette, es ist ein Rätsel. Ich schreibe es auf die Karte. Du quittest auf Sir Francis' 400 Jahre alte Karte? Was? Ihn stört's nicht. Weißt du, was das ist? Ja, glaub schon. Wenn ich hier stehe... Das ist es. Sully, geh an diese Säule. Elena, du nimmst die an der Wand da drüben. Die nehm ich. Okay, nur reingreifen und den Hebel finden. Wirklich? Ich glaube, wir müssen sie gleichzeitig ziehen. Und wenn du falsch liegst? Ja, ich mag meinen Arm. Den benutze ich echt häufig. Mach es. Eins, zwei, drei. Ist das auch der richtige Hebel? Hör mal. Was hab ich gesagt? Respekt, das habt ihr klappt. Ja. Echt beeindruckend. Oh, okay. Warum die Geheimniskrämerei seit Jahrhunderten? Was sollte Drake für Elizabeth finden? Das wissen wir nicht. Schatz bestimmt. Was sonst? Die Reichtümer einer verlorenen Welt. So einfach ist es aber nie, oder? Selten. Und die Schweine in den Anzügen suchen doch bestimmt auch danach, oder? Ja. Das sind Marlos-Männer. Sully, dein Feuerzeug. Ja, bitteschön. Echt? Ja. Das sind Marlos-Marsch. Hö, das ist Arzum. Ein paar Arzum. Erhebe. 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 Ich bin... Bist du sicher, dass sie auf einen Schatz aus sind? Nicht wirklich, nein. Sieht wie ein verziertes Becken aus. Ich brauche eine Fackel. Da brät mir doch einer ein Starch. Wow. Wie oben, so auch unten. Sully, das ist eine Art Sternenkarte. Das macht Sinn. Die Araber haben sich mit den Sternen in der Wüste orientiert, genau wie die Seefahrer auf dem Meer. Das stimmt. Man könnte doch mit diesen Sternenkonstellationen die verschollene Stadt finden. Mit dem Sextanten, ja. Ich war nicht umsonst jahrelang in der Navy. Und ich dachte immer, du wolltest nur mit deiner Uniform angeben. Ach ja? Vergiss es. Hey, glaubst du, du kannst dir das merken? Ja. Klar, aber wir sollten es abzeichnen, oder? Bitte, ich wünsch dir viel Spaß dabei. Schaut euch das mal an. Wie überaus. Aufmunternd. Hört ihr das? Oh oh. Oh nein. Halt, was ist das? Weg von den Wänden. Halt bloß die Fackel fest. Oh Mist. Oh nein, nein. Oh Mann. Wir sind noch viel aggressiver. Mann, ich mach ihn kaum etwas auf. Hedle mit der Fackel. Wir sind kein Gewinner. Oh Mann. Ich hab langsam die Schnauze voll von diesen Viechern. Halt, ihr wusstet davon? Wann hattet ihr vor, mich zu warnen? Hey. Schaut mal. Die Welt täuschte dich nicht mit Schönheit. Es ist der Traum eines Träumers. Ein Trugbild der Wüste. Bevor der Becher des Todes dich tränke. Reizend. Alles auf Englisch. Ja. Ja, das war wohl Drake. Okay, okay. Jetzt nochmal im Klartext. Drake segelt tausende Meilen auf der Suche nach diesem Atlantis der Wüste. Und als er hier ist, bringt ihn das, was er findet dazu, umzudrehen, zurückzusegeln und seine Expedition zu verheimlichen. Genau. Aber du, du machst weiter, nicht wahr? Ähm, ja. Und wofür? Den Schatz? Sully. Sully. Auf dich hört er. Halt ihn bitte auf. Ja, Sully. Bitte, halt mich fest. Ihr zwei habt sie doch nicht mehr alle. Elena, komm. Wir machen doch nur Spaß. Hört zu. Ihr habt gewonnen, okay? Ihr habt sie geschlagen. Hm. Ihr wisst, wo die Stadt ist. Und Marlow nicht. Wieso reicht das nicht? Hast du's? Gut. Danke. Gebt mir eure Waffe. Die könnt ihr nicht mit auf die Straße nehmen. Ach, richtig. So gern ich das würde. Okay, ich glaube, wir sind sicher. Kommt. Wir müssten von hier verschwinden, bevor noch mehr auftauchen. Na los, hier hoch. Hier lang. Nein. Nate? Lauft. Lauft. Oh nein. Ruhig bleiben, Junge. Bleibt weg. Bleibt weg. Was ist los mit ihm? Das sind die Drogen. Was? Na los. Wir müssen ihn hier wegschaffen. Komm schon. Lass mich los. Okay. Wir wollen... Wir wollen... Verschwinden jetzt. Lass mich in Ruhe. Nein. Nein. Gehen Sie weg. Oh Gott. Oh Gott. Ruhig bleiben. Nur mir nach. Nick, lassen Sie mich. Jake. Mike, Marlow wartet. Es ist gleich vorbei. Ruhig. Keine Sorge. Sully? Sully ist nicht hier, Drake. Sie sind jetzt allein. Sully heißt's. Keine Angst. Mir nach. Nein, ich geh nicht. Nicht wehren. Wo bin ich hier? Wir sind ja da. Hören Sie auf mich. Sie wissen, was wir wollen. Sie dürfen nicht! Sie dürfen nicht! Sie dürfen nicht! Keine Sorge, die tun Ihnen nichts. Ach, verdammt! Bitte! Wo ist das? Ich weiß nicht. Geben Sie sie uns. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Gut. Verdammt, ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Bitte! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Willkommen zurück! An Ihrer Stelle würde ich lieber ruhig bleiben. Sie sind nicht ganz legal hier. Schon vergessen? Großes aus kleinen Ursprüngen. Hinter diesem dreisten Gehabe steckt immer noch derselbe kleine verängstigte Ausreißer, oder? Lassen Sie die Spielchen. Sie kennen mich nicht. Tatsächlich denke ich, dass ich Sie besser kenne als jeder andere, Mr. Drake. Natürlich ist das nicht Ihr richtiger Name, oder? Aber damit wollen wir uns nicht aufhalten. Mutter begeht Selbstmord. Vater übergibt den Sohn im Alter von fünf Jahren dem Staat. Aufgewachsen im St. Franziskus-Kinderheim. Wie in einem Dickens-Roman. Keine Sorge, sie interessiert uns nicht. Außer, natürlich, wir müssen ein wenig Druck ausüben. Was wollen Sie von mir? Tja, auch wenn ich es nur ungern zugebe, ich brauche Ihre Hilfe. Bei der Suche nach Victor Sullivan. Klar. Wir wissen bereits, dass er die Koordinaten für Ihr Rahmen hat. Oder wissen Sie das? Von Ihnen, Nathan. Anscheinend ist Ihre Loyalität nicht so unerschütterlich, wie Sie dachten. Was ist mit ihm? Was? Was soll das werden? Gar nichts. Es ist nur... Tja, wir haben sie nun schon einige Zeit in unserer Gewalt. Und er hat sich gar nicht bemüht, sie zu retten. Er hat sie auch nicht in Katagena gerettet. Er sah nur eine günstige Gelegenheit. Ich weiß, was Sie vorhaben. Glauben Sie mir. Victor geht es immer nur um Victor. Und das ist einfach nur ein Fakt. Ich habe es vor 20 Jahren entdeckt. Es wundert mich, dass Sie so lange gebraucht haben, um es herauszufinden. Sie verschwenden Ihre Zeit, Lady. Wie Sie meinen. Aber denken Sie nach. Als er sie damals vor 20 Jahren auf Kolumbiens Straßen aufgelesen hat, hat er sie vor jenem Leben bewahrt? Oder hat er sie vielleicht nur dazu verdammt? Wunderbar. Tja, wir haben Sullivan gefunden. Er ist hier in der Stadt. Tut mir leid, Nathan. Anscheinend sind Sie... entbehrlich geworden. Golü Charly. feedust du? Sie nehmen uns schon. Den Schiefste. Reise jetzt du. Dann бер hil ich MAL. Du schiefst den Gassen. Den Schiefst der Kaffeln! Den Moment den Kaffeln! Tas DP ab. Geh' dir mal, mein Mann! Geh' dir! Geh' dir! Wo ist das? Wo ist das? Geh' dir! Geh' dir! Haseb, der Mann, Haseb! Ja, rags, was er passiert? Nein, nein! Ah, mih! Ah, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott... Ah! Es gibt eine Verstattung! 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 Verdammt! Überraschung, Arschloch! Missed! Let's go! Wir haben ein paar Zeit für den nächsten Mal in dir. Entschuldigung. Entschuldigung. Da ist er. Ich rieche ihn so schnell nicht aus. Er ist... 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 Na los Talbot, das wird langweilig! Er ist... Er ist... Er ist... Er ist... Er ist... Er... Er... Los, Sauberland. Okay, dann mal los. Und wie ist das? Erkennen Sie mich, Ramses? Sie sollten mir danken, mein Freund. Ah, stimmt. Danke. Wirklich? Die englische Dame wollte, dass ich sie loswerde. Aber ich bin ein guter. Ich habe ihr Leben gerettet. Und jetzt bin ich der einzige Freund, den sie haben. Aha. Und jetzt meinen Sie, dass ich Ihnen was schulde, oder? Sehr schlau. Gefällt mir. Sie verstehen sehr schnell. Es ist eine einfache Frage. Ihr Rahmen, die Säulenstand. Ja, natürlich. Wo ist sie? Ich weiß es nicht, Mann. Scheiß Dreck! Und wenn ich es wüsste, wäre mein Leben nicht viel wert, sobald ich es Ihnen sage, oder? Eine Beleidigung. Sie sind Pirat. Und ein Geschäftsmann. Ein bisschen Respekt, bitte. Na gut, noch einmal. Wo ist Ihr Rahmen, Nathan? Hey, Sie können mich foltern, wie Sie wollen. Okay. Ich kann nichts erzählen, wenn ich nichts weiß. Möglich. Mal sehen, ob Ihr Freund vielleicht gesprächiger ist. Was? Wer? Ihr Freund. Victor Sullivan? Ich will das nicht tun. In seinem Alter kann das zu viel für ihn sein. Halt! Nein, nein, nein. Sie lassen mir keine Wahl. Vielleicht hängt Ihr Freund etwas mehr aus seinem Leben. Halt! Lassen Sie Sully in Ruhe! Tschüss, Nathan! Hört ihr nicht an! Jetzt ein bisschen. Hört's ein bisschen. Willst du uns nicht sagen, was wir wissen wollen, ne? Ich... Ich... Ah! Oh 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 Scheiße wo kommst du denn hier? Oh Oh Und bleib unten Bitte Okay das sieht nicht gut aus Hier Hier natürlich Oh Mist Zum Teufel bin ich Wie sie aussieht Mist Hier geht gar nichts Oh Okay Das sieht schon besser aus Ich muss auf das Schiff kommen Ja durch Sally Ich bin unterwegs Mist Ich bin unterwegs mitjums Entste Ich bin unterwegs mitjums Oh for verdammt Was ist das? 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 Kannst du rein, Cecil? Oh, 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 oh! Sully! Komm hier zur Tarnung! Sully! Sully! Sully? Er ist nicht hier. Mist. Nathan! Du hast mir viel Ärger gemacht! Seid ihr sicher? Das hört jetzt auf! Du hattest die nicht, oder? Albert, nein. Eine Lüge. Du weißt, ich bin ein Pirat. Jalapscheku! Genau, mein Freund, lacht du nur. Schönger! Schönger! Ah! Acht! Schönger! Acht! Schönger! Oh mein Gott! Achtung! Musik Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh, es ist offen. Okay, hier. Ja, 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 ja. Okay, los geht's. Okay. Oh, Mist. Mist, nein, nein, nein! Schlimmer geht's wohl nicht. Schlimmer geht's wohl nicht. Oh, Mist. 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 Oh! 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 Oh, Mist. Geh mal an. Okay, die ist wieder aus aus diesem Aquarium. Jarmut! Lars! Fahr zur Hölle, Habibi! Oh Gott, das ist einfach! Ah! 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 Denk nicht mal dran. Ah! Praktisch! Na, auch hier? Okay. Okay, ja. Ja, verstehe. Ruf mich an, wenn... sich etwas ändert. Oh mein Gott! Ich melde mich wieder. Nate! Ich dachte, die mögen das hier nicht. Idiot! Ich dachte wirklich, du wärst tot. Bist du okay? Is... Is Sully... Er lebt. Gott sei Dank. Aber sie haben ihn. Was? Wo? Er ist auf einem Konvoi auf dem Weg in die Wüste. Wir müssen los. Nein! So einfach... ist das leider nicht. Komm! Sie sind uns mindestens zwei Tage voraus. Wir können sie nicht einholen. Wir müssen es versuchen. Hör zu. Ich hab einen Plan. Aber dieses Mal bleibt uns nur ein Versuch. Okay. Sie beladen ein Frachtflugzeug am Flughafen. Und über dem Konvoi lassen sie Vorräte fallen. Wir müssen ins Flugzeug. Genau. Du weißt schon, dass wir Fallschirm sprengen müssen? Wäre ja nichts Neues. Das stimmt. Okay. Ich könnte einen Schluck Wasser vertragen und dann müssen wir los. Nein, 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 nein. Mein Kontakt am Flughafen sagt, dass der Start erst für morgen geplant ist. Und bis dahin solltest du ein paar Stunden schlafen. Nein, das ist keine gute Idee. Komm schon. Okay? Er ruft an, wenn etwas ist. Du hättest das echt allein durchgezogen, was? Für Sully? Ja! Ich mag deine Einstellung. Ich weiß. Nein, ich... Ich meine das. Ich weiß, was du meinst. Tut mir leid. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Wir müssen leise sein. Wenn sie uns da drin erwischen, sind wir Geschichte. Okay. Sieht aus, als hätten wir es gleich. Ja. Ich werde... Ich klettere hoch und helfe dir dann rüber. Okay. Halt mir den Rücken frei. Mach ich. Hey, was zum... Was machst du? Elena, hör zu. Oh, verdammt. Ich hätte mir denken können, dass du was vorhast. Nein! Bitte. Seien wir ehrlich. Die Chancen stehen eins zu einer Million. Ich hab dich schon mal fast verloren. Du wirst mich nicht verlieren. Ich packe das nicht nochmal. Schnapp dir den Wagen da drüben und verschwinde von hier, okay? Na, mach schon. Du hast nicht viel Zeit. Geh. Ich hab' das Flugzeug weg. Ich hab dich. Na los! Hey, ich hab ihn, was? Ja. Bring dich einfach ans Fahrwerk. Okay. Vorsicht. Halt ihn ruhig. Nach rechts. Ein Stück hinterm. Ein Stück näher. Nach links. Noch weiter. Ich bleibe jetzt. Hier. Halt ihn ruhig. Halt ihn ruhig. Fahrt ihn ruhig. Das ist. Halt ihn ruhig. Alles klar. Oh, shit! 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 Oh nein! Nein, nein! Ich muss gerade hier raus. Ich muss gerade hier rauskommen! Sie müssen hier nicht weg! Ach so, nicht weg! Das ist ja, ich muss hier raus! Das ist ja, das ist nicht falsch! Ich habe mich mit dem Begriff, in der Kettorre! Das ist ja, das ist ja! Das ist ja, das ist ja dein Schlimm! Das ist ja, Herr Schlimm, das ist ja dein Schlimm! Ich bin so, ich bin so, mit dem Schlimm! Du bist fremd hier, Amerikaner. Ihr gehört hier nicht her, ihr alle. Ich lebe noch. Wieso habt ihr mich nicht umgebracht? Das wäre unhöflich. Du warst in Not. Auch ein Feind braucht Nahrung und Schutz. Bist du mein Feind, Amerikaner? Drake. Mein Name ist Drake. Salim, ich bin hier der Scherif. Ich will nicht aufdringlich sein, Salim, aber ich brauche ein Pferd. Ich kann dir allerdings nichts dafür geben. Willst du die Karawane allein angreifen? Du weißt davon? Meine Kundschafter folgen ihnen seit zwei Tagen. Was macht ihr hier? Was wollen die Engländer in der Rubalkali? Sie suchen die verlorene Stadt Ubar. Ihr rammt die Säulenstadt. Mein Freund ist Ihre Geise. Nur er kennt den Weg dorthin. Wenn Sie Ihram finden, ist er wertlos für Sie. Sie töten ihn. Wenn Sie Ihram finden, sind wir alle tot. Vor dreitausend Jahren war König Salomon der Herr über die Djinn. Dämonen aus rauchlosem Feuer. Bis sie sich wehrten. Er sperrte sie ein in ein Messinggefäß und warf es in die Tiefen der Stadt. Ihram wurde zum Ort des Bösen. Verflucht von den gequälten Seelen der Djinn. Sie dürfen die Stadt nicht erreichen, wenn Sie die Macht der Djinn entfesseln. Wir haben also nicht viel Zeit, oder? Nein. Aber es sind zu viele. Wir können sie nicht gleich angreifen. Heute ruhen wir. Morgen erreichen sie die Schlucht. Dann greifen wir an. Gleich morgen früh. So, Convoy! Mir nach! Hier lang! Mach ich! Bleib dran! Bleib dran! Vorsicht! Der Pass ist eng! Salim, ist es noch weit? Wir sind gleich da! Der Convoy ist weiter fort! Vorsicht! Vorsicht! Da sind sie! Der Convoy ist da unten! Vereilen wir uns! Weg! Spar die Kugeln! Sie sind zu weit weg! Außer Reichweite! Hier! Eine Abkürzung! Folgen mir! Hier! Eine Abkürzung! Folgen mir! Wir sind fast da! Sully! Sully, bist du da drin? Sully! Sully! Du lebst! Oh Mist! Halt durch! Oh Mist! Hilf mir! Ich komme, ich komme! Halt durch, ich hab dich! Ich kann nicht mehr! In meine Hand, ich hab dich! In die Hand! Oh! 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 Hey, hau um. Bist du okay? Ja, ja, alles klar, aber ich dachte schon, ich seh dich nie wieder, mein Junge. So leicht wirst du mich nicht los. Und wie hast du mich eigentlich hier draußen gefunden? Ich hatte Hilfe. Salim. Sullivan, danke. Wir haben nicht viel Zeit. Sie dürfen die Stadt nicht erreichen. Also, ich weiß nicht. Er hat recht nicht. Ich hab jetzt tagelang bei den Pennern festgesessen. Ich weiß nicht, hinter was genau Marlo her ist. Aber es ist bestimmt kein Schatz. Wir müssen dich stoppen. Drake, wir müssen los, jetzt. Yalla! Es wird nie langweilig, was, Salim? Darauf kannst du einen lassen. Da! Direkt vor uns! Durch den Sturm? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Vertrau dir, Drake! Vertrau dir! Salim! Weg! Wo bist du? Salim! Salim, bleib bei mir! Further! Oh, Salim! Beūrst alim! stirbt! Er ist nicht bei uns! Zwei Klaus. Lass ihn. Die wissen wohl mehr als wir. Bereit? Los. Es klappt. In den Worten von Victor Sullivan, da hol mich doch der Sonstwerb. Heilige Scheiße. Es existiert wirklich. Oh, mein Gott. Wow. Victor Sullivan, wir kommen in die Wahl. Oh, unglaublich. Deshalb konnte die Stadt hier so aufblühen. Eine unterirdische Quelle speist das alles. Sauber. Verrückt, dass die immer noch sprudelt. Oh, mein Gott. Das ist ja der Wahnsinn. Was? Nein. Nein. Bitte. Sally. Düs peł Sonsten. Düs... Düs... Du bist tot! Hörst du, du bist tot! Komm sofort zurück! Was? Wo ist der hin? Das ist unmöglich. Wo bin ich? Das ist Katharina. Ich war seit 20 Jahren nicht mehr hier. Was ist los mit mir? Oh nein! Oh nein! Das ist nicht dicht! Nein! 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 Geh weg, bitte. Oh Mann. Oh nein, was ist das? Alles, alles bewegt sich. Ich muss raus. Ich muss hier weg. Nein, nein, nein. Nein! Kein nicht. Was geht hier vor? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bist du das? Oh Gott sei Dank. Alles klar? Ja Mann, bei mir war... Was hast du? Wer sagt mir, dass du echt bist? Au! Ist dir das echt genug? Riecht niemals eine Knarre auf mich. Sie haben dich erschossen. Nach der Finsternis. Was? Welche Finsternis? Hör mal, du bist durchgedreht, als du das Zeug getrunken hast. Dieses Wasser, das hat die Stadt zerstört. Nicht der Zaun Gottes. Die Wasserversorgung ist verseucht mit einer Art... Halluzinogenem Erreger. Sie wurden alle verrückt. Das also wollen Marlo und Helbert. Oh Mann, das dürfte reichen. Verdammt langer. Aber... Moment, das ergibt keinen Sinn. Wie wollen Sie das Wasser hier rausbekommen? Nein, nein, nicht das Wasser. Das, was in dem Wasser ist. Wie bitte? Okay, hör zu. Lass mich mal überlegen. Salim sagte mir, dass Iram verflucht wurde, als Salomo die bösen Geister des Djinn in einem Messinggefäß einfing und in die Tiefen der Stadt goss. Nur ein Flaschengeist. Ich weiß, das klingt ziemlich verrückt. Und du glaubst, deshalb haben Elizabeth und die Francis Drake überhaupt erst hierher geschickt? Ja. Es gab keinen Schatz. Sie wollten Macht. Aber als Drake verstand, warum er hergeschickt wurde, brach er die Mission ab. Er log die Königin an, sagte, er hätte nichts gefunden und verwischte dann die Spuren seiner Reise. Schrieb die Geschichte neu. Wer widerspricht schon Sir Francis? Was sagst du? Wir gehen runter und beenden die Sache. Ein für allemal. Unglaublich. So kriegen sie das Wasser an die Oberfläche. Oh, Himmel. Sieh mal die Decke hier. Es überrascht mich, dass nicht längst alles eingestürzt ist. Keine Ahnung, wieso das alles noch steht. Sieh was da vor. Naja, die gehen auf jeden Fall ins Wasser. Hey. Aha, schön. Das behalte ich. Vorsicht! Sanft hochziehen. Soll das ein Witz sein? Wir müssen das Ding ausschalten. Eine Idee? Naja, die sind eine Überzahl, Junge. Wir, äh, trennen uns und flankieren sie. Ja, das könnte klappen. ein Witz. Was ist da? Sully! 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 Marlo, wir müssen weg! Schnell! Komm, Sully! Ja, komm! Sag mir, dass du kein Wasser geschluckt hast! Ich glaube nicht! Okay! Verdammt! Genau deshalb gehen wir im Alley raus! Los, wir müssen weg! Stützt gleich alles ein! Haltet sie vom Marlo fern! Sie! Drake! Malo! Komm nicht hin! Komm schon! Zieh dich hoch! Nixer! Drake! Wirst du deinem Namen gerecht? Tu es! Dann bekommst du ihn wie Francis von Elisabeth! Beweise! Deine Größe! Ich muss nichts beweisen! Nein! Gib mir die Hand! Lass sie nicht einfach sterben! Halt die Klappe! Hey! Gib mir deine verdammte Hand! Geh! Nehm sie! Was machst du da? Ich kann nicht! Ich kann nicht! Es freigt nicht! Verspende es endlich! Fisch! Nein! 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 Lauf! Erstmal! Lauf! Jung, heilig! Sully, wir müssen hier raus! Hier, stürzt gerade alles ein! Drei Verschießner von uns! Heilige Scheiße! Lauf! 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 Und weiter! Wir müssen noch höher! Wir sind fast raus! Lauf! Wir sind fast da! Los! Geh genau! Auf geht's! Geh! Wie fühlt sich das an, Drake? Geh! 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 Ja. Man geht halt nicht hoch, die Messer für den Schießer rein! Geh! Geh! Söder, festhalten! Inzeit zum Abschied, du Mistkerl. Lauf, Salim! Es ist sinnlos! Wir schaffen es nicht! Salim! Schnell! Steigt aus! Na los! Ja! Schnell! Los! Oh mein Gott! Jalawi! Soviel zum grenzenlosen Reichtum, was? Tja. Ist nicht viel, oder? Ist genug. Ja. Ja. Wart mal kurz. Ich wollte dir eigentlich nur etwas sagen. Okay. Was geht's? Also meine Kindheit war mies. Mein Vater eine Niete. Mit 40 war mir klar, dass ich nie einen Sohn haben würde. Ach, ich wollte nie einen. Was weiß ich denn über Kindererziehung? Dann bist du in mein Leben geplatzt. Hey, du musst jetzt nicht... Nein, hör zu. Ich muss. Ich hab viele Fehler gemacht, Junge. Viele. Und, äh... Tja, ich bin... nicht perfekt. Machst du mir einen Antrag, Salim? Ich mein, ich mag dich. Ah, stopp. Spiel einmal nicht den Klugscheißer. Wie lang trägst du den schon mit dir rum? Zu lang. Ich dachte, er wäre weg. Die Sache ist die. Wir können uns unser Leben leider nicht aussuchen. Echte Größe ist es. Das Beste aus dem zu machen, was man hat. Hey. Hi. Hast du was vor? Vielleicht. Das tut mir echt leid mit dem Ring. Ist okay. Dafür hab ich was Besseres. Lass uns verschwinden, ja? Ja. Los, hier lang. Aber... Na, kommt schon. Vertrau mir. Was hast du vor? Ist nicht dein Ernst. Äh, es ist nicht so schön wie das, dass ihr zwei vor vier Jahren demoliert habt. Aber... Na los. Mal sehen, ob ich noch weiß, wie man so ein Ding fliegt. Es sind aber auch Fallschirme drin, oder? Drei? Oh, mehr oder weniger. Ja. 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 Ja.